Herzlich willkommen bei der Rheinpfalz. Wir sind hier auf Facebook, bei Facebook Live. Mein Name ist Ilja Tüchter und ich möchte Sie informieren über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine, in dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in der Krise zwischen dem Westen, der NATO und Russland. Denn es droht ein Flächenbrand in ganz Europa. Wir haben Sie aufgerufen, unsere Redaktion zu fragen, was treibt Sie besonders um heute in dieser schlimmen Situation, in der sich die Ukrainer befinden, in der sich Europa befindet und die Welt. Denn natürlich wird dieser Konflikt die Politik und die Wirtschaft der nächsten Wochen rund um den Globus bestimmen. Das zeigen auch Ihre Fragen. Ich fange einfach mal mit dieser hier an. Ist das der dritte Weltkrieg? Wir wollen natürlich hoffen, dass es das nicht ist. Aber ja, die Frage kam auch, droht ein Atomkrieg, also verbunden mit dieser Frage dritter Weltkrieg, die schlimmsten Waffen, die es überhaupt gibt. Denn Russland ist mit den USA die Macht in der Welt, die die meisten Atomwaffen hat. Es ist unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich und wir hoffen, dass es überhaupt nicht in Frage kommt, dass Atomwaffen benutzt werden. Aber man muss leider auch zur Kenntnis nehmen, dass in den Manövern, die Russland in den letzten Tagen geführt hat, rund um die Ukraine, der Atomschlag auch geübt wurde. Am vergangenen Samstag saß Wladimir Putin, der Präsident Russlands, zusammen mit Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten von Belarus, seinem Alliierten im Kreml. Und sie haben gemeinsam Manöver mit Raketen angewiesen und beobachtet, die geeignet sind, Atomwaffen zu transportieren. Das sieht jetzt erst mal so aus wie eine Vorbereitung für einen sicheren Schlag. Das ist es aber nicht zwangsläufig. Das ist in russischen Manövern, das erklären mir NATO-Experten immer wieder, immer dabei. Das ist immer im Programm, wenn Russland seine großen Übungen macht, ob im Frühjahr, ob im Herbst. Da werden auch Atomwaffenschläge geübt. Da werden nicht Atomwaffen zum Explodieren gebracht. Das würde dann ja furchtbare Weiterungen haben mit entsprechender Radioaktivität. Aber es werden die Raketen, die Trägersysteme ausprobiert, die im Ernstfall auf Befehl des Präsidenten eben auch Atomwaffen diese Sprengköpfe tragen können. Im Moment befinden wir uns in einer Phase, in der andere militärische Mittel gewählt worden sind vom Kreml. Die sind auch typisch für eine solche Operation. Zuerst wird versucht und diese Phase könnte jetzt über die nächsten zwei, drei Tage andauern, die neuralgischen Punkte in der Ukraine, militärische Positionen, militärische Geräte, Waffendepots und so weiter auszuschalten. Der erste Schritt zeichnete sich bereits gestern Abend auch ab. Elektronische Maßnahmen, um eben großflächig die Ukraine lahmzulegen mit ihren Computersystemen und sozusagen alles dunkel zu machen. Das ist ein Hacker-Anschlag sozusagen, der so funktioniert, als würden sie in ihrer Küche sitzen und plötzlich drückt einer auf den Lichtknopf und es ist dunkel. Das heißt, sie sind erstmal orientierungslos. Das ist die Strategie dann auch. Und in diese Orientierungslosigkeit hinein, unter Nutzung dieses Überraschungseffektes, hat Vladimir Putin in der Nacht begonnen, seine Truppen auf ukrainisches Gebiet zu befehligen. Dabei wird man aber erst Stück für Stück fortschreiten. Solche Invasionen, die Ukraine ist ein riesiges Land, muss man auch wissen, das zweitgrößte Land in Europa überhaupt, nach Russland, mehrfach so groß wie die Bundesrepublik, mit 41 Millionen Einwohnern übrigens. Das würde locker eine Woche dauern, bis sie da mit den Panzern von A nach B überall hingefahren wären. Und es gibt natürlich auch jetzt Widerstand der Ukraine. Dieser Zeitplan ist also völlig offen. Was klar ist, es dauert etwa zwei, drei Tage, wobei vielleicht sogar nur 24, 36 Stunden. Die Technologie entwickelt sich immer weiter, um mit Artillerie, mit Raketen gezielt Stellung auszuschalten. Wir haben eben unseren ersten Kommentar auf rheinpfalz.de veröffentlicht mit einem Foto aus Mariupol. Das ist am Schwarzen Meer, eine Stadt, die noch unter ukrainischer Souveränität gewesen ist. Ganz nah an der Krim liegt, ganz nah an diesem umkämpften Gebiet, das seit 2014 umkämpft ist, dem Donbass. Und eben eine der ersten wichtigen Städte, die Wladimir Putin versucht, dort zu erobern. Und dieses Foto, auf das ich hinaus möchte, zeigt also eine völlig zerschossene Luftabwehrstellung der Ukraine. Das hat Wladimir Putin als erstes versucht, auszuschalten, rund um die großen Städte Kiew, Chalkiv, die zweitgrößte Stadt, die im Nordosten ist, auch angrenzend an diese umstrittenen Gebiete. Und es ist nicht nur eben in diesem Gebiet Krieg, es ist wirklich rund um die russisch-ukrainische Grenze bereits Krieg. Auch aus Belarus sind Truppen einmarschiert. Diese Truppen, die seit Dezember bereits aufgeboten werden, es hieß dann immer, das sind normale Manöver. Zwischendurch hieß es dann mal, ja, wir müssen ja eben auch üben, so wie alle üben, weil die NATO uns bedroht. Letztendlich aber hieß es immer, das sind Manöver, die enden werden. Es sollte eigentlich das Manöver in Belarus bereits am vergangenen Samstag beendet sein. Das war die offizielle Ankündigung. Das war offensichtlich gelogen. Es wurde dann am Samstag auch verlängert als Manöver. Aber bereits Sonntagnacht hatten wir die Erklärung von Wladimir Putin, dass er die Minsker Abkommen über die Befriedung der Ostukraine als erledigt ansieht. Und in den letzten 36, 48 Stunden haben sich die Ereignisse überschlagen, sind immer weitere Schritte unternommen worden seitens des Kreml, um eben diese Operation letztendlich zu rechtfertigen, aber auch dann in der Tat durchzuführen. Ich komme jetzt einfach noch mal, wir sind hier bei Rheinpfalz Facebook Live. Mein Name ist Ilya Tüchter, ich bin Politikredakteur und beschäftige mich mit leider solchen Themen seit vielen Jahren. Ich bin seit 2007 in der Politikredaktion und es ist eben leider auch nicht der erste Krieg mit Wladimir Putin, den ich erlebe als Redakteur. 2008 im August hatten wir den Krieg in Georgien und 2014 den Krieg in der Ostukraine und um die Krim. Der Krieg, den wir jetzt erleben, hat aber eine völlig neue Dimension. Das ist richtig, das reflektieren auch ihre Fragen, denn es geht nicht darum, grüne Männchen einfach getarnt auf der Krim aufmarschieren zu lassen und so zu tun, dass irgendwelche Separatisten in der Ostukraine als Rebellen agieren, sondern jetzt hat Wladimir Putin ganz offen der Ukraine den Krieg erklärt. Er hat seine Streitmacht nicht nur aufgeboten, sondern setzt sie ein und soeben kam eine Eilmeldung aus Moskau, wonach der Parlamentspräsident davon redet, dass eine Demilitarisierung, eine Entmilitarisierung. Ich komme noch mal auf den ein oder anderen Punkt, den Sie persönlich gefragt haben an uns. Ich möchte einfach auch ein paar Kommentare wiedergeben. Sie können das lesen bei uns auf Facebook natürlich, wenn Sie den Chatverlauf sich angucken. Da stehen dann solche Aussagen wie, Putin sollte sich schämen. Es leiden viele Menschen wegen eines Mannes. Ist der überhaupt noch zurechnungsfähig? Die Frage stellen sich viele. Zurechnungsfähig ist er leider insofern, als er genau weiß, dass er jetzt Krieg lostritt, befohlen hat, ob er in der Lage ist abzuschätzen, was das alles bedeutet. Ich glaube schon. Ich glaube, er kalkuliert nach wie vor sehr kühl, was jetzt passiert. Die Frage ist eben auch, wie reagiert die NATO? Wie reagiert US-Präsident Joe Biden? Sie wissen, von der Zeitverschiebung her ist es so, dass in Washington im Moment zehn nach sechs Uhr morgens ist. Das heißt, der Präsident ist mutmaßlich vielleicht eine Stunde schon wach. In einer besonderen Lage wird er natürlich auch des Nachts aufgeweckt. Darüber habe ich jetzt keine Information, ob das der Fall gewesen ist. Auf jeden Fall ist es so, dass der Präsident sowieso jeden Morgen von seinen Geheimdiensten eine aktuelle Lagebeschreibung kriegt. Und er wird sich mit Sicherheit im Laufe des Tages an die amerikanische Öffentlichkeit, aber auch die Weltöffentlichkeit und Wladimir Putin direkt wenden. Die Frage ist, die hier gestellt wird, auch von Leserinnen und Lesern, Usern und Userinnen. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Die NATO hat gesagt, dass sie ihre Bündnispartner mit allen Mitteln schützen wird. Was bedeutet das konkret? Das vermag ich nicht zu sagen an dieser Stelle, was in Brüssel letztendlich entschieden werden wird. Ich kann nur abschätzen, dass es natürlich nur eine Entscheidung in Brüssel gibt in enger Abstimmung mit den Amerikanern, mit den USA. Denn die USA sind mit Abstand der mächtigste Partner und der wichtigste Partner. Und in dieser ganzen Krise geht es natürlich auch in letzter Sicht um die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Wladimir Putin hat das über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, er regiert seit 1999. Zu Silvester ist er an die Macht gekommen, als Nachfolger von Boris Yeltsin. Und seitdem hat er immer wieder sich beklagt über die NATO-Osterweiterung, über die Präsenz von US-Truppen in Osteuropa. Und das ist natürlich für ihn das entscheidende Thema. Die Forderungen, die Russland aufgestellt hat im Vorfeld dieses Krieges, waren ja, dass nicht nur die Ukraine kein NATO-Mitglied werden solle, was die Ukrainer gerne möchten, sondern dass auch die gesamten NATO-Truppen in Osteuropa zurückgezogen werden sollen auf den Stand von 1997, bevor diese Erweiterungen begannen. Und Russland bezieht sich da auf Gespräche, die auch schon zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung geführt wurden, dass da Zusagen gemacht worden seien, die gebrochen wurden. Letztendlich aber, egal ob Putin in diesem Punkt Recht hat, dass damals Zusagen gemacht wurden, muss man einfach feststellen, er bricht das Völkerrecht heute in der Ukraine, indem er einen Krieg gegen eine souveräne Nation erklärt hat, die sich auch nicht so wehren kann, wie wir das könnten. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Sie kann also auch nicht um den direkten Beistand bitten. Sie wird das tun. Also sie hat kein Anrecht sozusagen vertraglich auf einen solchen Beistand. Es laufen natürlich schon seit Wochen, seit Monaten Bemühungen, die Ukraine zu stärken mit Waffenlieferungen. Die USA haben das immer wieder auch öffentlich bekundet, dass sie das tun und dass sie es auch ausweiten wollen oder bereit dazu sind. Die Bundesregierung hat bis heute strikt abgelehnt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Diese Debatte geht natürlich auch weiter. Die meisten Fragen gehen um diese, die Sie haben, liebe Userinnen und User, gehen um diese Frage, wie schnell kommt das auch zu uns? Nehmen wir doch diese Frage als nächstes, kommt dann Polen dran. Dann steht er vor unserer Haustür. Russland steht bereits vor unserer Haustür in dem Sinne, dass natürlich die Exklave Kaliningrad, das frühere Königsberg, direkt an die Ostsee grenzt, dass das NATO-Gebiet drumherum unter anderem aus Litauen besteht, wo die Bundeswehr stationiert ist, jetzt auch aufgestockt worden ist zuletzt in dieser Krise. Also Deutschland ist im Prinzip bereits Teil dieses Konfliktes. Lassen Sie mich noch auf zwei Orte kommen, die hier in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen und für die Amerikaner wichtig sind. Sie wissen das, die Airbase in Rammstein und das angeschlossene Hospital in Landstuhl sind der eine Ort und der andere Spangdalem, eine NATO-Basis für Kampfflugzeuge. Ich fange mal mit der letzteren an. Spangdalem, Flugzeuge, NATO-Jets, F-16-Jets sind bereits vor Wochen verlegt worden und zwar nach Rumänien, um dort den Luftraum über diesem Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Rumänien zu schützen, denn dort müssen Sie wissen, gibt es eine direkte Grenze zwischen dem NATO-Gebiet. Rumänien ist ein NATO-Mitglied und der Ukraine. Dann zu der Frage Rammstein ist selbstverständlich die größte und wichtigste Drehscheibe der Amerikaner hier zunächst mal eine logistische. Das heißt, alles Mögliche an Gerät, was in Osteuropa jetzt möglicherweise gebraucht wird, wird über diese Drehscheibe abgewickelt. Heißt, dass das Krieg auch sozusagen geführt wird von Rammstein aus, wie oft den Amerikanern vorgehalten wird, das kann man so nicht sagen. Dies läuft auch alles unter den bestehenden NATO-Verträgen und dem NATO-Truppenstatut. Die Amerikaner sind natürlich gehalten von der Bundesregierung, nichts zu tun, was nicht mit Deutschland abgestimmt ist. Allerdings ist dies eine so außergewöhnliche Lage, dass auch hier nichts auszuschließen ist. Vor allen Dingen ist nicht auszuschließen, dass leider sehr bald auch Verletzte aus der Ukraine hier in die Pfalz kommen werden. Es ist immer wieder der Fall gewesen in Konflikten überall in der Welt, auch wo die USA nicht selber Partei gewesen sind, dass dann eben als Hilfestellung für betroffene Länder das Hospital hier für Schwerverletzte zur Verfügung steht. Also es könnte sehr schnell passieren, dass ukrainische Soldaten, die schwer verletzt wurden, aus der Ukraine hier nach Deutschland gebracht werden. Auch die Bundeswehr übrigens mit ihrem Krankenhaus in Koblenz, auch in Rheinland-Pfalz, wäre selbstverständlich auch ein Partner für die Ukrainer in diesem Punkt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir werden im Laufe des Tages fortlaufend natürlich berichten auf www.rheinpfalz.de slash ukraine. Sie sehen das direkt auch oben auf der Homepage und auf unseren sonstigen Kanälen bei Facebook, bei Twitter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stellen Sie uns weiter Fragen. Wir werden versuchen, Fragen, die vielleicht noch nicht geklärt sind, besonders ins Blickfeld zu nehmen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen zu der Rhein-Pfalz bei Facebook Live. Dankeschön.